Das morgendliche Briefing hätte heute optimistischer ausfallen können, denn Regen gab es nicht. Dafür aber eine kleine Umplanung, weil sich ein vorgesehener Platz für eine Pause als zu klein herausgestellt hat. Dann, was wollte ich da noch sagen? Einfach auf geht's! Es ist an der Zeit, ein paar Dolomiten-Klassiker unter die Reifen zu nehmen. Aber bevor ich euch die Tourenplanung des heutigen Tages vorstelle, ein Hinweis für die Neuen auf diesem Kanal. Wie kann man, ohne abzusperren, eine so große Truppe auf dem Kurs halten? Durch lebende Wegweiser. Der Vorausfahrende muss die Route natürlich kennen. Dann folgen Gespanne und Trikes, deren Anzahl in der Regel überschaubar ist. Danach folgt der Einweiser und der gibt bei jedem Wechsel vom Straßenverlauf seinem Hintermann ein Zeichen, wo er sich platzieren soll. Und an der Stelle bleibt der stehen und spielt den lebenden Wegweiser. Da die Halteplätze meistens recht knapp bemessen sind, bleiben die Traiks und Gespanne außen vor. Der Wegweiser lässt nun die Kolonne an sich vorbeiziehen, bis das Schlussfahrzeug kommt. Der Fahrer hat eine Warnweste an und macht bei Bedarf durch ein freundliches Hupen auf sich aufmerksam, damit der Wegweiser vor ihm wieder in die Kolonne einschert. Auch wenn sich Lücken auftun, kann sich so niemand verfahren. Wenn alle Wegweiser einen guten Job machen. Denn da das System potiert, ist jeder mal dran. Auch die Ungeduldigen, die bei einer großen Lücke die Nerven verlieren und vor dem Schlussfahrzeug ihren Posten verlassen. Das legt sich aber. Die heutige Route führt uns ins Herz der Dolomiten. Über das Würzjoch geht es zur ersten Pause nach Antermoya. Weiter geht es durch das Garda und Pustatal über Korvara auf das Grötnerjoch. Die nächste Pause gibt es auf dem anschließenden Sellerjoch. Die letzte Pause auf dem Weg zurück nach Deutschen Ofen ist am Passola Watze geplant. Musik Die Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. Leider auch in den Bergen. Aber anstatt sich über die Baustellen zu ärgern, freue ich mich lieber auf den zukünftigen Straßenzustand. Und das Warten vor einer Baustelle kann ja auch seinen Reiz haben. Im Sommer. Im Schnee. Bei der Abfahrt vom Würzjoch hinunter nach Antermoya kann man den Kaffeeduft schon fast riechen. Der kommt aus dem gleichnamigen Hotel und lädt zur Pause ein. Das Hotel Antermoya ist aber auch eine klare Empfehlung für Biker, die länger bleiben wollen. Denn es ist GWCD geprüft. Freundliche Betreuung und nach einer anstrengenden Pässe-Tour erholsamer Schlaf. Notfalls schon im Foyer. Uns zieht es aber wieder zu den Maschinen, denn die 200 Kilometer unserer Tagestour sind noch lange nicht abgespult. Schon auf den ersten Kilometern hinauf zum Grötnerjoch spüre ich die Gänsehaut im Nacken hochkriechen. Und das hat mit diesem Anblick zu tun. Nicht, weil er die Vorfreude auf den kommenden Kurvenspaß in einem gewaltigen Bergpanorama verspricht. Okay, das natürlich auch. Sondern weil er Erinnerungen weckt. An eine Zeit in jungen Jahren, also bis Mitte 50, in der ich diese imposante Naturkulisse aus nächster Nähe erleben durfte. Motorradmäßig war ich in dieser Zeit etwas bescheidener unterwegs. So, und jetzt halte ich mal die Klappe und wir genießen einfach so die Straßen und das Panorama. Motorradzig Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Am Sellerjoch für eine große Gruppe ausreichend viele Parkplätze zu finden, ist am Wochenende kaum möglich. Gut, dass wir in der Woche unterwegs sind. Denn ein Stopp lohnt sich hier immer. Allein schon für den Blick auf diese drei Kollegen. Das weiß auch die Gastronomie und zeigt sich beim Wechselgeld eher, sagen wir, zurückhaltend. Nicht wundern, genießen. Und das könnt ihr auch, bei den nachfolgenden Bildern. Für euch ist das völlig kostenlos. Genauso wie zwei kleine Mausklicks. Dankeschön. Musik 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 Wir befinden uns in den Fleimstaler Alpen auf dem Passo di Lavazze. Und den schnuckeligen See haben wir ja schon einmal gesehen, im Vorbeifahren. Dabei erschließt sich einem diese Idylle allerdings nicht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Was für eine schöne Tagestour ohne Regen auf tollen Passstraßen. Bikerherz, was willst du mehr? Eine gemeinsame Ausfahrt ist heute nicht geplant. Das Wetter verspricht zwar nicht das Blaue vom Himmel, aber wir wollen trotzdem ein paar Meter fahren. Zum Karasee. Vom Parkplatz führt ein Tunnel aus Beton und Felsen an das Naturdenkmal. Der See im oberen Eggental ist etwa 300 Meter lang und 140 Meter breit. Aber das schwankt zum Teil recht stark. Konstant hingegen ist die Grünfärbung des Wassers als Kontrast zum Blau des Himmels, wenn dieser nicht gerade Wolkenverhangen ist. Etwas verwunschen sieht es ja schon aus. Kein Wunder, dass sich viele Südtiroler sagen um den See ranken. Sagenhaft ist auch diese Holzkonstruktion im Tunnel zum Parkplatz. Klangkunst. Jetzt spiel doch mal ein Lädchen. Sehr schön. Das Wetter war uns gewogen und so beschlossen wir, unsere Runde fortzusetzen. Vom Karasee sollte es weiter über San Senegro Arvodino zum Passo Valles gehen. Von dort vorbei am Lago di Paneveggio zum Passo Lavazze und zurück zum Hotel. Aha, der Sprudelwasserpass. Das könnte man meinen. Aber das Mineralwasser kommt aus San Pellegrino Therme bei Bergamo. Seinen Namen verdankt der Pass den Mönchen des Ordens San Pellegrino. In Arvodino sind wir eher zufällig gelandet. Auf einem Café. Und beim anschließenden Schlendern mit einem Eis in der Hand sind wir auf dieses Denkmal für Auswanderer gestoßen. Die waren offensichtlich keine Sprüche, sondern Steineklopfer. Die waren offensichtlich. Das war eine große Runde, die wir nicht sein können. Die waren offensichtlich, die wir nicht im Boden haben. Das war ein Bild von Diensten. Er hat sich immer wieder zufällen. Überall an Lähener mit dem Name. Der Wallepass zwischen Predazzo und Falkade gehört eher zu den unspektakulären Vertretern seiner Art, ist aber ein ausgewiesener Bikertreff. Es gibt eine Möglichkeit zum Einkehren, eine Kapelle im Blockhausstil, reichlich Gegend und eine Wetterstation. Kann man mal gesehen haben, muss man aber nicht. Auf dem Weg zu unserer letzten Station kommen wir am Lago di Panaveggio vorbei. Der liegt leider gerade im Schatten einer Baustelle. Das ist am kleinen See auf dem Lavatze Pass zum Glück nicht der Fall. Bei unserem gestrigen Besuch dieses idyllischen Fleckchens kam mir spontan eine Idee. Das zugehörige Video, natürlich ohne Versprecher, ist zwischenzeitlich schon auf YouTube gelandet. Es hat sich gelohnt, hier noch einmal vorbeizuschauen. Für den Abend hatte der GWCD einen Konzertbesuch organisiert. Im benachbarten Kastlroth. Mit diesen Herren. Das kollidierte aber mit einer Veranstaltung dieser Herren aus Schottland in Deutschland. Und die hat sich ein Teil unserer Gruppe in Italien im Hotel vor dem großen Fernseher in der Bar angeschaut. Egal wie oder wo, für alle Tourteilnehmer war es ein gelungener Abend. Der Tag beginnt wieder bei gutem Wetter und mit einem Blick auf den Karasee. Den haben wir euch ja schon vorgestellt. Am See vorbei geht die heutige Tour in Richtung Marmolata zum Lago di Fedaya. Über den Falsarego Pass auf den Paso Giao und auf südlicher Route zurück zum Hotel mit einem Abstecher zur Malga Frommahalm. Mit 220 Kilometern die längste unserer Exkursion in den Dolomiten. Ich habe die Tour in Richtung Marmolata zum Lago de Fedaya. Wenn mich nicht so sehr zählen darf, kann ich mal in Richtung Kastner uns levelelungen machen. Ich habe die Tour in Richtung Marmolata zum Lago gegeben. Am Lago di Fedaya zeichnet sich ab, dass der heutige Tag zuweilen recht nebulös wird. Und das verwehrt uns leider den Blick auf den Nordhang der Marmolata. Und egal in welcher Himmelsrichtung der Blick nach oben geht, die Berge sind verhüllt. Der Fedaya-Stausee zeichnet sich durch eine Pfeiler-Staumauer aus, die auch befahren werden kann. Mit 1,6 Kilometern Länge fasst der See über 16 Millionen Kubikmeter Wasser. Gut für ein 20 Megawatt Kraftwerk. Unsere Kraftwerke auf zwei Rädern leisten nicht annähernd so viel, sehen aber deutlich besser aus. Und nach dem Überqueren des Fedaya-Passes zeigen sie sich als wahre Schmuckstücke, wie Perlen an einer Schnur. Gut für ein 20 Megawatt Kraftwerke auf zwei Rädern, wie Perlen an der Schmuckstücke, wie Perlen an der Schmuckstücke. Gut für ein 20 Megawatt Kraftwerke auf zwei Rädern, wie Perlen an der Schmuckstücke, wie Perlen an der Schmuckstücke, wie Perlen an der Schmuckstücke. Gut für ein 20 Megawatt Kraftwerke auf zwei Rädern, wie Perlen an der Schmuckstücke. Gut für ein 20 Megawatt Kraftwerke auf zwei Rädern, wie Perlen an der Schmuckstücke, wie Perlen an der Schmuckstücke. Gut für ein 20 Megawatt Kraftwerke auf zwei Rädern, wie Perlen an der Schmuckstücke. Die Holzschnitzereien an der Hütte wirken durch den Nebel fast schon ein bisschen gruselig. Dame ohne Unterleib, hier gibt es das Gegenstück. Bei der Abfahrt über den Passogiao wurden wir fotografiert. Nein, nicht behördlich, sondern von einem Profifotografen. Der hat natürlich eine Homepage, auf der man sich über Ort, Datum und Zeit finden kann. Gegen Entgelt bekommt man einen Link für den Download. Und das Foto kann sich sehen lassen, wobei das natürlich auch vom Motorrad abhängt. In der letzten Pause auf der Malga-Frommeralm wurde kein Schmarrn erzählt, sondern gegessen. Und das war richtig lecker. Da hält sich das Grinsen im Gesicht bis zur Abfahrt. Kurz vor dem Hotel noch getankt und dann nix wie zum Gruppenbild. Das ist auf einer GWCD-Tour nämlich obligatorisch. Bevor es an diesem Tag ohne Motorräder auf Tour ging, hatte es sich der Vorstand des GWCD nicht nehmen lassen, Dankesworte an das Team des Hotels zu richten. Ja, ich möchte einfach nochmal im Namen alle Danke sagen. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch. Zunächst erstmal mit einem dreifachen Gibt Gas! Gibt Gas! Gibt Vollgas! Und ein paar kleine Präsente hatte der Club auch noch im Ärmel. Zuerst ging es mit dem Bus nach Oberelden und von dort mit dem Sessellift hinauf zur Berghütte Oberholz. Die auf 2096 Meter Höhe gelegene Bergstation der Seilbahn befindet sich direkt neben der Berghütte. Und die zwingt einen erst einmal zum Umdenken. Hier trifft man auf moderne Architektur kombiniert mit moderner Technik. Wie ein liegender Baum wächst die Hütte aus dem Berg und teilt sich in drei Verästelungen mit großen Schaufenstern, die auf verschiedene Berggruppen ausgerichtet sind. Jedes Schaufenster gehört zu einem eigenen Bereich, der zum angrenzenden Gastraum hin offen ist. Beheizt wird die gesamte Hütte ausschließlich mit Erdwärme. Und wer jetzt sagt, was interessiert mich die Architektur, das Essen muss schmecken, kann unbesorgt sein. Das tut es. Und zum Nachtisch gab es noch eine Schnapsprobe. Mit sehr speziellen Sorten. Zum Beispiel Heuschnaps. Der hilft bei der Verdauung. Oder man macht einen kleinen Spaziergang den Berg hinauf und bekommt dort auch noch etwas fürs Auge. Die Aufstellung zur letzten gemeinsamen Ausfahrt sollte einmal ordentlich, also ausgerichtet erfolgen, für ein Goldwing-Gruppenbild. Und Hotelchef Roland hat es sich nicht nehmen lassen, zu diesem Zweck für uns aufs Dach zu steigen. Auf der letzten Tour wollen wir die Sellerrunde schließen. Dazu geht es erst einmal über Kastelruth zum Hotel Pinay am Panida-Sattel. Frisch gestärkt wird dann das Krötnerjoch überquert. Über den Passo Cambolongo geht es auf das Pordorjoch. Conny und ich haben dann noch einen extra Abstecher zum Fedaya-See unternommen. Auf engen Nebenstraßen immer wieder eine Freude. Entspannte Wohnmobilisten, die einen Trost wie den unsrigen vorbeiziehen lassen. Etwas über 200 Kilometer liegen heute vor uns. Bei diesem Wetter vor dieser Kulisse kein Kilometer zu viel. Und wir haben es nicht eilig und können die Brenner-Autobahn wortwörtlich links liegen lassen. Wussten Sie es schon? In Kastelruth pfeifen die Spatzen nicht von den Dächern, sondern von der Bühne. GWCD geprüft. Unsere erste Pause auf dem Panida-Sattel im Hotel Pinay. Sieht ganz so aus, als könnte man es hier gut aushalten. Das Grötnerjoch überqueren wir dieses Mal aus westlicher Richtung kommend. Aber egal woher man kommt, die Berge der Dolomiten zeigen sich immer von ihrer schönen Seite. Das Grötner und das Sellerjoch haben wir ja schon befahren. Und damit einen Teil der Sellerrunde. Zu der gehören noch der Passo Cambolongo und der Pordoi Pass. Zusammen umschließen sie nahtlos die Sellergruppe mit dem Piz Bue. Für Motorradfahrer eine Genussrunde, für Radsportler eine Herausforderung. Der Passo di Pordoi ist mit 2239 Metern der höchste asphaltierte Passübergang in den Dolomiten. Und gut besucht. Wir verkürzen unseren Pausenaufenthalt und machen uns auf den Weg für einen Abstecher. Zum Fedaia Stausee. Denn es gilt noch ein Versprechen einzulösen. Und das konnten wir heute tun. Der Nebel war fort und wir standen der Mamulata quasi von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und konnten nun die Grüße ausrichten. Und sie hat zurückgegrüßt. In Richtung Mettmann. Zum Abschluss haben wir noch ein kleines Ründchen auf der Staumauer gedreht. Und während wir auf den See hinaus geschaut haben, zeigt die Gruppe eine geordnete Abfahrt vom Pordorjoch. Auf Wiedersehen. Am Hotel trafen wir uns dann wieder. Alles nur eine Frage des Timing. Und das war auf der Dolomiten-Tour wahrlich nicht schlecht. Ja ihr Lieben, jetzt ist es rum. Die Dolomiten-Tour ist fast rum. Ich möchte einfach mal im Namen von uns allen, da möchten wir euch einfach mal bei euch bedanken. Es war eine ganz tolle Truppe. Wir wussten in diesem Jahr gar nicht so richtig, wie wird es mit den Touren, wie das funktioniert beim Fahren. Weil doch ganz viele neue Mitglieder dabei sind, die wir zum einen persönlich noch gar nicht kannten, aber die einen sauguten Eindruck hinterlassen haben hier. Und ich hoffe, dass es den neuen Mitgliedern, die das erste Mal hier dabei waren, dass es denen auch einigermaßen gut gefallen hat. Natürlich würde es mich freuen, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Da könnt ihr uns das gerne mitteilen. Freuen wir uns drauf. Wir hatten keine Unfälle, wir hatten eine kaputte Lichtmaschine, das Moped konnte man reparieren vom Christian, wo ist er, hier, da ist er, Urlaub konnte weitergehen, wunderbar. Wir machen ja immer viele Fotos, ja, ihr, wir, jeder und bei den Touren gibt es auch, sofern Jutta dabei ist, auch ein schönes, wunderbares Fotobuch. Dazu benötigen wir natürlich auch Bilder, aber nicht, dass jetzt jeder seine 5.000 Bilder an die Jutta schickt, ja, dann ist die ja ein halbes Jahr weg. Also, wenn ihr, wenn ihr tolle Bilder habt, sucht sie bitte aus und, und schickt sie an die Jutta, aber bitte keine 200 oder 500 oder 50, sucht wirklich nur die tollen Bilder aus. Dann wünschen wir euch morgen entweder eine gute Heimfahrt oder auch noch irgendwo Urlaub, eine schöne Endreise und natürlich schönes Wetter, das haben wir jetzt am Ende dann doch gestellt. Vorher war das nicht möglich, ich bin da nicht durchgekommen. Ja, also bleibt uns nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Aufbruch zur Heimfahrt, zusammen mit Maria und Hubert. Denn mit ihnen hatten wir zwei Dinge gemeinsam. Gleiche Richtung und keine Eile. Für die Fahrt zurück waren daher Übernachtungen in Fürssen und Tauberbischofsheim geplant. Vor der Rückkehr ins Flachland gab es aber noch ein paar Alpenhighlights. Das Sahntal. Das Penserjoch. Das Penserjoch. Das Penserjoch. Und das Timmelsjoch. Und dort gab es Spaß im Schnee. Und einen Grenzspagat. Am nächsten Tag mussten wir die Alpen hinter uns lassen. 3.000 Kilometer, die wir nicht vergessen werden. Und falls doch, dann schauen wir uns das Video an. Das Penserjoch. Untertitelung des ZDF, 2020